Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wir sind wieder einmal hier unten im Hades, wo wir vor einiger Zeit diesen ersten Turm hinter mir gebört haben. Und heute werden wir uns um Turm Nummer 2 und 4 kümmern. Und ich habe das mal ausgemessen und es sieht so aus, als ob unser Fünfeck groß genug ist, dass wenn wir hier einen Turm platzieren an diesem Eck hier und uns nicht von dem Slime stören lassen, dass wir zwischen den zwei Türmern genügend Platz haben, dass wir hier noch ein Tor reinbekommen. Das hier ist der kleinste Turm und die beiden Türme, die wir hier an dieser Ecke und da hinten platzieren, ist die mittlere Variante und dann die verbleibenden zwei Ecken da und dort. Da machen wir dann einen Turm, der noch etwas höher ist. Und so wie es aussieht, könnte es sein, dass wir vielleicht hier an diesem Eck etwas mehr Platz brauchen und ziemlich sicher hier hinten in der Wand brauchen wir auch etwas mehr Platz. Aber nicht, wie ich befürchtet habe, dass das Fünfeck zu klein wäre und dass wir das Ganze in diese Richtung aussenden müssen, denn das würde bedeuten, dass wir recht viel von der Wand in diesem Eck ausnehmen müssen, was nicht der Fall ist. Ich denke, ich lege mal einfach los mit dem untersten Teil hier vom Turm. Ist nach demselben Schema einfach ein bisschen Variation, sodass nicht jeder Turm gleich aussieht, auch wenn die Höhe unterschiedlich ist. Der Turm ist fast auf der Höhe von der Plattform und wenn wir darüber schauen, dann sehen wir, wir sind bereits über der Plattform auf dieser Seite. Der Hauptunterschied, den wir hier sehen, ist, dass wir hier etwas zusätzlich Höhe gewinnen mit diesem roten spiralförmigen Muster und so im Wesentlichen die Höhe des Turms kontrollieren können. Wenn wir das Ganze von hier unten betrachten, sehen wir nicht wirklich viel und ich denke, die Beleichtung, das dürfte ein rechtes Unterfangen werden, dass wir das so hinbekommen, dass es zwar düster ist, aber hell genug, dass wir auch die Konturen sehen können. Mit ein bisschen Night Vision wird das Ganze sehr viel klarer. Ihr könnt sehen, da die roten Streifen, die existieren bereits in der kurzen Form, aber hier haben wir das Ganze nach oben durchgezogen und immer etwas rotiert, ein Block, sodass wir da das spiralförmige Muster reinbekommen. Alles, was da jetzt noch fehlt, ist der Abschluss, die Krone oben drauf und dann werden wir sehen, wie das rauskommt und dann da hinten der zweite Turm, gleiche Größe, etwas andere Blöcke platziert, sodass wir da etwas Abwechslung reinbekommen. Der erste Turm hier von unserem heutigen Projekt ist fertig geworden und der sieht ziemlich beeindruckend aus, aber wie gesagt, wir haben da wahrscheinlich etwas Probleme mit der Sichtbarkeit, darum suchen wir das nochmals mit ein bisschen Night Vision und dann können wir den Turm in der ganzen Pracht sehen und nun sehen wir auch, dieser Turm ist etwas höher als dieser hier. Der wirkt etwas zusammengestaucht, so nebeneinander, aber wir werden das Ganze dann irgendwie schon noch zusammenbringen, wenn wir alle fünf Türme haben und auch hier dazwischen dann Wände platzieren. Nun aber zum zweiten Turm, der zweite Turm von heute, der kommt hier hinten hin und da könnte es dann durchaus sein, dass wir hier hinten etwas von der Wand rausbrechen müssen, weil die Dimensionen etwas größer sind, als ich mir das vorgestellt habe, als ich das Ganze ausgehöhlt habe. Aber ich denke, der Fortschritt lässt sich sehen und wie gesagt, ich muss da dann wirklich herausfinden, wie machen wir das mit einer guten Beleuchtung, denn zum einen denke ich, werden wir hier unten etwas Lava haben, das bringt sicher etwas Licht mit rein, aber wir werden keine Fackeln hier am Boden haben, wir werden auch keine Glowstone-Decke haben. Das heißt, die ganze Beleuchtung muss irgendwie integriert sein in das ganze Gebäude. Aber ich mache noch den zweiten Turm da hinten fertig und dann können wir sehen, wie das denn so rauskommt. Der zweite Turm steht nun auch und ich musste hier hinten etwas aushöhlen. Das Ganze ist recht kantig, denn letztendlich werden wir den ganzen Höhlenraum noch dekorieren müssen, darum hier nicht allzu viel EFOR reingesteckt. Und ich habe das Gefühl, mit jedem Turm, den ich baue, das Resultat wird besser. Nicht unbedingt von der Form her, aber einfach von der Variation der Blöcke. Ich denke, hier, dieser Turm hat etwas mehr Variation wie dieser. Insbesondere da, wo wir Blackstone haben, dass wir da ein bisschen mehr die gekrackte Variante haben. Oder alternativ auch mal Deep Slate Tiles, was auch recht dunkel rauskommt. Sehr schön. Das heißt, wir haben drei von fünf Türmen fertig. Das heißt, ich denke nicht, dass ich eine Folge machen werde für die beiden letzten Türme, sondern dass wir mit allen fünf Türmen nächstes Mal beginnen und schauen, was bekommen wir da als Wände, als Mauern zwischen den Türmen hin, so dass wir eine richtig schöne Burg hinbekommen. Aber das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein, wo wir fünf Türme haben werden und hoffentlich eine coole Idee umsetzen können, wie wir die Türme verbinden. Also, bis dann und Tschüss!